Breaking News auf Schalke meine Freunde. Sportdirektor Ruven Schröder verlässt den FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung. Er selbst hat den Vorstand der Schalker darüber informiert, aus persönlichen Gründen vor Ablauf des Vertrags den Verein verlassen zu wollen. Und laut offizieller Schalke-Mitteilung wurde dem auch stattgegeben. Während Schröders Amtszeit in Königsblau ist der direkte Wiederaufstieg gelungen. Die Kaderplanung für die laufende Saison war allerdings gelinde gesagt unglücklich verlaufen. Von daher wäre ich sogar fast davon ausgegangen, dass neben des Trainerwechsels ohnehin auch eine Veränderung auf der Position des Sportdirektors angedacht gewesen wäre. Dem ist Schröder mit dieser Aktion jetzt natürlich zuvor gekommen. Ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass man hier hinter den Kulissen vielleicht sogar eine einvernehmliche Entscheidung getroffen hat, um das mediale Echo um seine Person zu minimieren. So kommt Schröder noch positiv aus der Sache heraus und die Schalker können auf dieser Position was Neues versuchen. Man muss an der Stelle aber auch ganz klar sagen, dass Schröder im vergangenen Jahr eine ausgezeichnete Arbeit geleistet hat, ohne die die Schalker vielleicht nicht so schnell wieder aufgestiegen wären. Deswegen wäre böses Blut an der Stelle definitiv völlig fehl am Platz. Und vermutlich geht man deshalb jetzt auch diesen Schritt auf diese Weise. Naja, ich bin dann jetzt mal gespannt, ob die Veränderungen der sportlichen Leitung bei Schalke dann am Ende auch zu einem positiven Ergebnis führen. Neuer Trainer soll ja voraussichtlich Thomas Reis werden, der immerhin stark mit dem Ruhrpott verwurzelt ist. Was diese Personalie angeht, werden wir wohl in kürze Klarheit haben. Vielleicht wird es ja sogar doch noch ein anderer. Die Sache ist, Standaufnahme noch nicht fix. Wie auch immer, wir bleiben, was das Thema angeht, definitiv auf den Laufenden. Und sobald sich was ergeben hat, werde ich euch natürlich darüber informieren. Bis dahin schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Schröders Abgang in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall mal auf eure Gedanken zum Thema gespannt. Und ansonsten würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.